Ja Leute, was die Gurgleife trifft, ich habe in meinem Leben sehr viel gegurgelt und auch alles runtergeschluckt. Man muss das auch nicht rock'n'rollern, natürlich durch, alle Exzesse durch und alles kennenlernen. Die Täler der Erkenntnis und die Katakombe der Erleuchtung. Manchmal nimmt man Wirkstoffe ein, natürlich auch Alkohol dabei, auch andere schöne Sachen. Und dann, dass man das alles überlebt hat, tja, das sind wahrscheinlich die Kronaugene und das ist auch die Power hier. Ja, was dieser, was sich alles irgendwie immer wieder erfrischt und reaktiviert. So ein geiles Publikum, diese ganze Liebe, die uns ins Geh entgegengebracht wird. Und deshalb stehen wir jetzt immer noch hier und wir werden weitergehen. Und neulich hat es an dem Geburtstag und ich habe gehört, der wurde 70. Und heute ist es wirklich an der Zeit, meinen Body mal ein herzliches Dankeschön auszusprechen. Dass er das alles mitgemacht hat. Wie ein Hund habe ich ihn hinter mir hergezogen und er hat es mitgemacht, überlebt. Mein Body war nicht. Du willst n' Kaffee, n' kleinen Whisky oder n' Joint. Ich muss in Ruhe mal mit dir reden, mein alter Freund. Du, mein armer Körper, was hab ich dir schon alles angetan? Volle Dröhnung, hoch die Tasse, es tut mir ziemlich leid. Ich muss dir jetzt mal danken, nach all der Zeit. Ich muss in Ruhe mal wieder mitgekommen. Du, mein Body, du und ich. Ich weiß, du lässt mich nicht entstehen. Ab mir hätten bei Sonnenleben Glück's in Löffel abgegeben. Ich hab geraucht so wie ein Schluck und gesoffen wie ein Loch. Ich hab dich super hart geschunden, doch du lebst immer noch. Du und ich, ey wir lassen uns nicht im Stich und sind die Zeit noch manchmal hart, wir bleiben lange noch am Start. Mein Körper, du und ich, sowas wird's nie wieder geben, weißt du was wir beide sind, wir sind die Meister im Überleben. Vielen Dank.